Nachdenkseiten Die kritische Website Anpassung wird belohnt. Staatspreise für Tote Hosen und Alena Büx Von Tobias Riegel Verdienstorden der BRD für Alena Büx, NRW-Staatspreis für die Band. Wer brav das Lied der Regierenden singt, der kann mit offizieller Belobigung rechnen. Es bleibt dabei. Seriöse, regierungskritische Stimmen werden auf harteste Weise diffamiert, aber wer für Impfung oder für Aufrüstung trommelt, der erhält einen Orden. Die Band Die Toten Hosen erhält am 30. Oktober den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen, wie Medien berichten. Die Deutsch-Rock-Band soll laut Staatskanzlei unter anderem für ihr jahrzehntelanges soziales und gesellschaftliches Engagement geehrt werden, heißt es aus der Staatskanzlei. Ministerpräsident Wüst ergänzte, die Band würde ihre Popularität nutzen für eine klare Positionierung gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und rechtsextreme Gewalt und für die Unterstützung von Menschen am Rande der Gesellschaft und in Notlagen. Sänger Campino und seine Kollegen seien nicht nur musikalische, sondern auch menschliche Vorbilder. Angepasste Verstärkung der offiziellen Meinungsmache für Militarisierung Ich finde nicht, dass die Band einen solchen Vorbildcharakter hat. Mir kommen die Mitglieder eher vor wie schön Wetterengagierte. Haben sie sich nicht jahrelang auf öffentlichen Bühnen als Streiter für die Demokratie etc. feiern lassen, solange es dafür keinen Mut brauchte? Und haben sie dann nicht im besten Fall die Klappe gehalten, als es dann wirklich mal darauf angekommen wäre, etwa bei den Themen Corona und Aufrüstung? Insofern hat zumindest das Sprachrohr der Band, der Sänger Campino, bei den Themen Corona-Impfung und Ukraine-Krieg eine ziemlich peinliche Angepasstheit an den Tag gelegt. Zum Thema Impfung sei unter anderem an diese fragwürdige Aktion der deutschen Musik-Elite zur Unterstützung der offiziellen Impfkampagne erinnert, über die etwa die Frankfurter Rundschau damals schrieb, Die Ärzte, die Toten Hosen, Jan Dilej und Co., deutsche Musik-Elite, ruft zum Impfen auf. Und beim Thema Ukraine-Krieg kann ich manche Äußerungen von Sänger Campino nur als total angepasste Verstärkung der offiziellen Meinungsmache für Militarisierung und Aufrüstung empfinden. Etwa als er bereits 2022 der DPA Folgendes mitgeteilt hat. Gerade lernen wir doch eindrücklich, warum seine Identität als Europäer so wichtig ist und warum wir eine Wertegemeinschaft sein müssen, sagte der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Andreas Frege, der sich politisch links und als Wähler bei den Grünen verortet. Das hat dann leider auch etwas mit Aufrüstung zu tun. Wir können es uns nicht leisten, völlig wehrlos gegenüber Despoten zu sein, wie Putin einer ist, der alte Machtfantasien auslebt. So einen Mann kann man nur stoppen, wenn er auch Respekt vor der Gegenseite hat. Zitat Ende. Ich würde wetten, dass die Band den Staatspreis nun nicht erhalten würde, wenn sie sich bei den Fragen Corona und Aufrüstung anders positioniert hätte. Darum empfinde ich die Verleihung als eine offizielle Belohnung für eine brave Unterstützung der offiziellen Narrative bei den genannten Themen. Eine Unterstützung der gefährlichen offiziellen Politik durch weite Teile der etablierten Kunstszene ist wichtig für die aktuelle militärische Meinungsmache, wie wir kürzlich etwa im Artikel »Anerkannte Kulturträger und Wissenschaftler unterstützen unser Anliegen« beschrieben haben. Auf die enttäuschende Positionierung weiter Teile der etablierten deutschen Kulturszene zu wichtigen politischen Fragen sind wir etwa in den Artikeln »Wer solche Künstler hat, braucht keine Mitläufer mehr« oder »Jämmerliches Kabarett« »TV-Satiriker schützen die Kriegspolitik eingegangen«. Noch ein Wort dazu, dass die Band überall den Zusatz »Punk« erhält. Die Toten Hosen machen nach meinem Empfinden deutschen Mainstream-Rock, der weder inhaltlich noch musikalisch irgendjemandem wehtut. Insofern könnte man indirekt zuspitzen, sie haben so viel mit Punk zu tun wie Alena Büx mit Ethik. Alena Büx erhält Verdienstorden der BRD Auch die ehemalige Chefin des Deutschen Ethikrates, Alena Büx, erhält in naher Zukunft eine hohe offizielle Ehrung. So wird sie am 1. Oktober von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Tag der Deutschen Einheit mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet, wie das Präsidialamt mitteilt. Demnach leisten die Ausgezeichneten, also angeblich auch Büx, einen wichtigen Beitrag für das gegenseitige Verständnis und den gesellschaftlichen Dialog in der Bundesrepublik. Büx sei eine der engagiertesten Stimmen zu Fragen des gesellschaftlichen Wandels in unserer Zeit. Wie wichtig ihr Engagement als Beraterin in ethischen Fragen von Politik, Gesellschaft und Wissenschaft sei, das sei besonders während der Corona-Politik deutlich geworden. Zitat Puh, diese Lobhudelei muss man erstmal verdauern. Und dann kann man auf die zahlreichenden Gelegenheiten hinweisen, bei denen Büx keineswegs Beiträge für das gegenseitige Verständnis und den gesellschaftlichen Dialog in der Bundesrepublik geleistet hat, sondern eher im Gegenteil. Ich habe auch den subjektiven Eindruck, dass Büx öffentliche Auftritte umso schriller werden, je mehr eine Aufarbeitung der Corona-Politik im Bereich des Möglichen erscheint. Büx ist sich bestimmt bewusst, dass sie von vielen Bürgern als prominente Vertreterin der Lockdown- und Impfpolitik und damals als eine Art Symbol gesehen wird, möglicherweise um den Anschein einer Schuld gar nicht erst aufkommen zu lassen, tritt sie mit offensiven Auftritten, in letzter Zeit unter anderem verlinkt innerhalb des Artikels, eine Flucht nach vorne an. Diese überkandidelte und oft mit übertrieben guter Laune unterfütterte Art empfinde ich als eine Beleidigung für die Bürger, die unter der Corona-Politik gelitten haben und für jene Bürger, die eher eine zurückhaltende Art der Selbstdarstellung bevorzugen. Zur Person Alina Büx haben die Nachdenkseiten einige verlinkte Artikel verfasst. Wer in der Lage ist, dieses Video zu Ende zu sehen? Auch auf Politikfeldern abseits der Corona-Politik hat Büx in der Vergangenheit für fragwürdiges Aufsehen gesorgt, etwa bei dem folgenden Auftritt, bei dem sie sich zur Frage eines AfD-Verbots geäußert hat. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hatte dazu die treffende Warnung ausgesprochen. Wer in der Lage ist, dieses Video zu Ende zu sehen, der wundert sich nicht, wie der Ethikrat in der Pandemie zu bestimmten Entscheidungen gekommen ist. Die ganze Rede von Büx findet sich eingefügt unter einem Link. Hier ein Ausschnitt. 8 Prozent der Menschen und im Osten sehr viel mehr finden das im Moment wählbar. 8 Prozent in Deutschland haben ein gefestigtes rechtsradikales Weltbild. Der Rest ist wahrscheinlich nachvollziehbar frustriert. Aber die Demagogen nutzen das aus. Was machst du? Was machen wir? Lassen wir das geschehen? Sagen wir, wir nehmen das hin, bis es zu spät ist? Okay, mein Lieber, du wirst das Familienoberhaupt. Okay, meine Liebe, du gehst in die Küche und kriegst Kinder, viele, Krieger, Kämpfer. Faschismus kommt zurück, die EU geht kaputt, die Wirtschaft geht in den Arsch, weil die lächerlich simplen politischen Angebote natürlich überhaupt nichts bringen. Warten wir, bis sie immer mehr Normalisierung und Legitimation durch die Insignien der Macht und durch Ämter kriegen? Wissenschaftsminister, Kulturbeauftragte, Innenminister, Ministerpräsidenten. Nein. Wir müssen ganz, ganz viel tun. Wir müssen reden mit unseren Freunden, Kollegen, Nachbarn, uns im Mund vor sich reden. Wir müssen demonstrieren auf die Straße. Wir müssen uns engagieren, zivilgesellschaftlich, politisch und die schützen, die das tun. Wir brauchen unbedingt bessere Politik. Wir brauchen weiter die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Aber wir brauchen auch unser schärfstes Schwert. Es sind Verfassungsfeinde. Und gegen Verfassungsfeinde hat unsere Verfassung was. Paragraf 21 Grundgesetz. Verstöße gegen die Menschenwürde. Parteien, die darauf abzielen oder das Verhalten ihrer Anhänger, das darauf abzielt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das, was unsere Demokratie ausmacht, zu beschädigen, zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Wir haben damit nicht viel Erfolg bisher gehabt und auch nicht viel Erfahrung. Wir haben das bisher in Deutschland viermal gehabt. Zweimal erfolgreich, einmal gegen eine sehr linke, einmal gegen eine sehr rechte Partei im letzten Jahrhundert, zweimal in diesem Jahrhundert erfolglos. Und es gibt, das wird euch die Gegenseite sehr, sehr ausführlich erklären, zu Recht hohe Hürden gegen ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber vertu dich nicht. Sie hassen dich. Die Zeit ist jetzt. Verbieten. Dankeschön. Es bleibt dabei. Seriöse, kritische Stimmen zur Corona und zur Kriegspolitik werden auf harteste Weise diffamiert. Aber wer unseriös für Impfung, Aufrüstung und für ein AfD-Verbot trommelt, der erhält einen Orden. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.